Moin Leute, Tramax hier. Ein weiteres Item oder eine weitere Waffe kommen ins Spiel, die Fernlenk-Rakete. Ich werde euch gleich den Trailer zeigen, aber vorweg werden wir ein bisschen darüber sprechen. Wenn euch solche News interessieren, dann könnt ihr gerne auf diesem Kanal ein Abo dalassen, da auch jede Woche ein neuer, zeitlich begrenzter Modus kommen wird und meistens gibt es da dann auch ein Trailer-Video dazu. Der hier kam jetzt nicht ganz pünktlich bei Epic Games, es ist immer so, die arbeiten so lange an einem Projekt und da weiß selber nie jemand, wann das Ganze rauskommt. Wenn es fertig ist, wird es mir geschickt, meistens ein paar Stunden vorher, dass ich ein Video vorproduzieren kann, das war jetzt in diesem Fall leider nicht der Fall, nächstes Mal dann aber wieder. Und wenn es den nächsten zeitlich begrenzten Modus gibt, egal ob es jetzt wieder sowas wie hochexplosiv ist, nur Raketenwerfer oder nur Revolver oder nur Diegel oder nur Sniper, irgendwas in die Richtung, werden wir dort auch Turniere machen mit den besten Spielern, mit den besten Revolverspielern, mit den besten Sniper-Spielern und so weiter, da habe ich auch sehr, sehr Bock drauf. Und die Solo-Duo- und Squad-Turniere, die kennt ihr ja sowieso, die feiert ihr auch sehr, die werden auch regelmäßig kommen auf diesem Kanal. So, jetzt gibt es erstmal den Trailer und danach besprechen wir das Ganze. Viel Spaß. Okay, das Ganze sieht ziemlich krass aus. Wir haben ja am Anfang nur das Infobildchen gesehen, die Fernlenkrakete kommt. Da hat man sich gefragt, wie schnell fliegt das Ding, wie weit fliegt das Ding, wie viel Schaden macht das, wie sieht das aus? Und man hat sich so ein bisschen was vorgestellt, aber was wir jetzt hier gesehen haben, wie dermaßen präzise das Ding ist, das muss ja eine unglaublich kleine Hitbox haben, dass das da auch durchs Fenster kann und wie dicht das an der Wand lang flog und zwischen den Leuten und sowas. Und es ist auch verdammt beweglich. Alle Fernlenkraketen, die man bisher aus anderen Games kennt, die bewegen sich nur so ein bisschen. Gut, jetzt ist Fortnite natürlich auch so gezeichnet, Anime-mäßig ganz klar, da ist alles möglich, aber wie steil aus dem Nichts die Rakete da eine 90-Grad-Wende macht und dann nach oben fliegt und dort auch genau jemanden trifft, das ist schon ziemlich beeindruckend. Wenn man das nur so sieht, denkt man sich, das ist ja ziemlich OP. War das jetzt wirklich aus dem Game schon? Wird es so im Spiel aussehen, dass man das Ding lenken kann? Braucht man dafür viel Skill? Oder war das jetzt einfach ein Filmchen, um das so ein bisschen schmackhaft zu machen? Da könnt ihr gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, weil das war mir teilweise zu präzise, wie genau das Ding dort langflog. Gerade im Late Game wird das Ding extrem viel Spaß machen. Ja, im Duo, im Squad oder auch im Solo. Jeder baut sich am Ende so seine eigene Base. Und wenn man da einfach perfekt mit so einer Fernlenkraketen von oben reinfliegt, einfach nur ein Traum. Ihr seht auch hier die Explosion im Hintergrund. Die war auch im Trailer verdammt groß. Daraus könnte man schließen, dass dies sehr viel Schaden machen könnte. Ich kann es mir aber auch sehr gut vorstellen, das würde ich auch gut finden, dass es wie beim C4 ist. Dass man sehr viel Schaden an Gebäuden macht, an Materialien. Dass das alles down geht, dass die Base kaputt geht, alles cool. Aber so ein One-Shot-Kill wäre vielleicht ein bisschen krass. Wenn man jetzt wie in dem Video einen Headshot gibt, gut, ich weiß nicht, Fernlenkraketen-Headshot würde jetzt wahrscheinlich nicht so oft kommen. Wenn man so etwas geht, dann sollte es auf jeden Fall ein One-Shot sein. Aber generell, wenn man so in einem Umkreis steht von so einer Explosion und dann down geht, das würde ich nicht gut finden. Das heißt, wie beim C4 ist das ganz nice gelöst. Hier können wir mal ganz kurz auch das Bild sehen. Ich schiebe mich mal hier weg. So sieht die Fernlenkraketen aus. Einmal ganz kurz ein Frame. Und dann wollen wir uns auch mal fix angucken, wie die Steuerung, wie die Fernbedienung von der Rakete aussieht. Genau, hier haben wir das Bild. Mit dieser Gerätschaft wird man die Fernlenkraketen lenken. Da habe ich jetzt aber keine Ahnung, ob man die Rakete so lenken wird, wie wir es gerade gesehen haben. Dass man so leicht über der Rakete ist und die dann lenken kann. Oder ob man irgendwie durch so ein Teil durchschaut und man muss sie damit lenken. Wie schwer wird das Ganze sein? Wie viel Skill braucht man dafür? Keine Ahnung. Wir haben nur dieses Video. Da sieht das Ding ziemlich krass aus. Aber schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, ein kleinstes Detail irgendwie im Trailer. Auch das gerne in die Kommentare. So, dann freue ich mich wahnsinnig auf das neue Item. Ich werde mich damit alles geben, damit ein paar Kills zu bekommen, wenn es soweit ist. Und dann sehen wir uns im nächsten YouTube-Video oder nächsten Stream. Haut rein!